So, wir melden uns vom dritten Abend der Dokumenta zu Prefelt. Ah, hier hat sich einiges getan und die Leute pilgern in Scharen, denn immer wieder finden neue Installationen statt. Zum Beispiel eine Sattelinstallation oder eine Socken-Unterhosen-Installation und eine Pilgerfahrt. Ja, und dann hatten wir hier noch gesehen, alle die kommen, registrieren sich hier an den Registrierrollen, weil in der Stadt muss man sich mal registrieren. Keiner registriert sich mehr, so richtig. Über die Rollen kann man das schaffen und morgen melden wir uns dann auch wieder. Ja, der Lichterabend geht seinem Ende zu. Es ist jetzt Sperrstunde. Man darf jetzt nur noch flach atmen und das ist auch gut so. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.